So, alle Kanonen. Ihr seid jetzt Gemeinsam Gruppe 4. Das gilt auch für dich. Du bist mir zu angekratzt. Das kann ich nicht tolerieren. Wenn wir jemanden auffrischen, dann dich. So, jetzt siehst du zumindest wie ein vollständiger Trupp aus, auch wenn du es nicht bist. Meinst du, die greifen irgendwo noch an? Na, guck mal, da kommen Leib eigener. Grußgruppe 9. Auch hier, hat auch zu pressen. Für euch doch immer. So, an sich rumschauen. Kanonen. Macht sie nieder. Ergreift sie. Lass den Pfad ein bisschen freieräumen. Auf in den Kampf. Für Ruhm und Ehre. Hier nicht. Nein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Macht sie nieder. Sie werfen so viel Leib eigener entgegen. Angriff. Das kann ich. Wo hat sie schon wieder eine Baustelle aufgestellt? Das ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, weil hier keiner durchkommen wird. In Ordnung. Mit Vergnügen. Da sind Truppen. Der Tag der Abrechnung. Schon nicht hier aus Normal setzen. Kanonen. Macht keinen Schwachsinn. Seid unbesorgt. Angriff. Ich tue mein Bestes. Jawohl. Zahlen. Ich bin mir vorne. Ja, Cid. Auf in den Kampf. Schützen nicht in den Tod rennen. Euer Wunsch ist mir ein Befehl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja. Halt. So, wir müssen vorsichtig vorgehen. Ansonsten bringen sich unsere Truppen nur wieder selbst um. Wir wissen, dass die das sehr gut machen. Dafür sind wir genau nicht. Also den Selbstmord. Den können die besonders gut. Da kommt denen niemand gleich. Ja. Gern. Macht sie nieder. Wir erledigen das. Jawohl. Jawohl. Wir sind nicht. Wir sind die Präsenz eurer unschlagbaren Reichweite und kümmert euch um unsere Kämmer und Türme. Das gilt nicht in diesem Sinne, wie du es dir vorschlagen, mein Freund. Wir kümmern uns darum. Ja, Herr. Dafür sind wir genau die Richtigen. Bei Mohammed. Es sei. Ergreift sie. Verteilt euch. Ihr werdet angegriffen. Euer Wunsch ist mir ein Befehl. Kanonen kommt hier rüber und gibt eine Deckung gegen die Form von Truppen, die ankommen könnte. Denn auf so einem Bereich sind Kanonen definitiv stärker gegen Truppen als alles andere. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Aber wir können zu Türmeleien. Das wird nützlich sein, um unsere Basis, um unsere Vormarsche ein bisschen zu verstärken. Lehrt sie das Fürchten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin aktuell zur Kunji 5. Ich bin befreundet, die ihm ein Hinten her, so wie es uns gerade passt. So soll es sein. Sieht her. Schaut in die Ferne. Sieht her. Es gibt hier zwei Ställe. Sofort. Nur Mut. Wir werden siegen. Wie ihr befehlet. Immer bereit, dann nachzurücken, wobei die Reiter hier wenig ausrichten können. Der Gang ist zu eng, um vernünftig genutzt zu werden. Wir müssen den erstmal einen Brückenkopf schaffen, von wo sie zuschlagen können. Bis in den Tod. Wir kümmern uns darum. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Salem, rück ein bisschen vor. Kanonen, macht keinen Schwachsinn. Attacke. Ich tue mit Allas Hilfe. Salem, gönn uns die Kanonentömer. Schwarz, Mekka und Medina, natürlich. Kanonen, gönnt uns Deckung. Eure Wunsch ist mir Befehl. Leert sie das Fürchten. Okay, das war hilfreich. Auf in den Kampf. Eure Wunsch ist mir Befehl. So. Hey, Mohammed. Es sei. Zahltag. Jawohl. Es sei. Ja, mein Herr. Mit Freude. Okay, Salem muss ein bisschen weit nach vorne. Damit die Kanonen hier hoch können. Es sei. Da werden sie schauen, die Schakale. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Schießt auf die Türme, solange ihr könnt. Salem ist tot. Das ist schlecht. Zurück. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl. Ergreift sie. Wir erledigen das. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, Herr. Jeder, lasst sich zurückfallen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Bis in den Tod. Ich tue mein Bestes. Angriff. Was machen sie? Ich hoffe, die Kanonen wissen, was sie tun. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke. Feinde greifen euch an. Unsere Truppen wissen natürlich offensichtlich nicht. So soll es sein. Lehrt sie das Fürchten. So. Vorsichtig. Gerne. Lehrt sie das Fürchten. Ergreift sie. Auf in den Kampf. Ergreift sie. Kanone, was ist falsch mit dir? Okay, das ist gemein. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Ich zeige euch den Weg. Wenn wir es uns nur in Zahlen bestellen. Außerdem habe ich da gerade irgendwas gesehen, was mir nicht gefallen hat. So. So sagt es. Fox, Mecca und Medina. Natürlich. Truppen macht keinen Schwachsinn. Truppen macht keinen Schwachsinn. Das ist der grundlegende Befehl, den ich jedem... Jeder unserer Einheiten erteilen möchte. Kein Schwachsinn treiben. Wie zum Beispiel sowas. Oder sowas. Nein. Pui. Lasst das. Ihr habt Reichweite. Benutzt sie. Erinnert euch daran, dass ihr schießen könnt. Ihr müsst nicht in den Nahkampf gegen ein Kanonentum gehen. Es gibt nichts und niemanden, was dich dazu zwingen kann. Wie ihr wünscht. Wir sind auch beim Stehunterricht durchgefallen, oder? Für Ruhm und Ehre lehrt sie das Fürchten. Für Ruhm und Ehre ergreift sie. Jetzt plötzlich wüsstet ihr wieder, wie die Reichweite funktioniert. Unglaublich. Wir brauchen zwei Kunschis hier oben. Wir müssen zwar für schnell Richtung gucken. Ich zeige euch den Weg. Wie ihr befehlt. Dafür sind wir genau die richtigen... Das ist das. Wir erledigen das. Sofort. Okay, da unten ist noch ein Stall. Seht durch mein Fernglas. Und ihr könnt darauf schießen, das weiß ich. Ah, ihr macht das sogar. Keine Widerrede so diesmal. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich zeige euch den Weg. In Ordnung. Keine Verteidigungsanlagen, wo sie nicht gebraucht werden. Gefällt mir. Für Ruhm und Ehre. Wir kümmern uns darum. Nicht angreifen. Sofort. Jawohl. Jetzt können wir zeigen, was ihr gelernt habt. Ergreift sie. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. Da erwischen die unsere Kanonen ganz gut, weil die hier echt vernünftige Verteidigungsanlagen hier stehen haben. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr lernt. Ich mag, dass das Aufsteigen auf Morden hier so simuliert wurde, indem man den Total of Angel sich hier so schöne Mauerbereiche eingesetzt hat, hinter denen sich die Feinde verstecken. Ergreift sie. Ein sehr schönes Design. In Ordnung. Angriff. Lass das. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Legt sie trotzdem in den Trümmer. Ich mag's nicht. Wir werden siegen. Wird gemacht. Wir erledigen das. Für Ruhm und Ehre. Nur Mut. Wir werden siegen. Es ist Zeit. Ja. Sehr gut. Oh, die schickte sogar Neuer. Das ist beunruhigend. Nein, sie ist kaputt. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Leert sie das Fürchten. Ergreift sie. Ergreift sie. Interessant ist, den haben wir, dass die sich nachfüllen. Angriff. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke. Was macht ihr da schon wieder? Ihr Wunsch ist mir Befehl. Wenn wir uns auf eine Sache verlassen können, dann, dass unsere Leute im Weg finden, sich selbst umzubringen. Egal, wie unlogisch es ist. Wir haben irgendeine Spawnquelle, die wir loswerden müssen. Du, renn. Ja. Nein, wir haben einen Trupp verloren. Attacke. Proponull. Wir brauchen hier oben einen Schießplatz. Und an. Dann haben wir den alten... Ihr wollt mir sagen, es gibt keinen Platz für... Es gibt keinen Platz für zwei Stellen, aber keinen Schießplatz. Dach, Chef. Ergreift sie. Nein. Bis in die Rot. Lasst das. Auf in den Kampf. Neu formieren. So, wir müssen unsere Belagungsposition jetzt mal ein... Aufrechterhalten. Neue Kanonen gießen. Weil unsere Artillerie ein bisschen ausgedünnt ist für den Moment. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bis in den Tod. Macht sie nieder. Für Ruhm und Ehre. Taucht die irgendwo... Relativ weit oben auf. Für Ruhm und Ehre. Bis in den Tod. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ergreift sie. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Die Kanonen wissen aber, was Sache ist. Und schießen ganz genau auf das richtige Ziel. Ergreift sie. Wir müssen nur herausfinden, woher die kommen. Gruppe 5. Akunji 5. Wir brauchen dich. Salem, wir brauchen auch dich. Ja, Herr. Ich tue mein Bestes. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Ruhm geschubselt? Die Türme. Deswegen geht das nicht. Können wir... Jupp. Okay. Wir können uns hier in Vorbeschule und Schließplatz aufstellen. Würdet ihr bitte dafür sorgen, dass hier nichts passiert? Jetzt weiter brauchen wir neue Kanonen. Ja, mein Herr. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Leert sie das fürchten. Ihr seid bis zu weit vorne. Das ist mir Befehl. Nur Mut. Wir werden siegen. Für Ruhm und Ehre. Attacke. So, Kunti 5. Sag uns. Wo kommen die her? Aus diesem Schießplatz. Solange der da steht, haben wir ein Problem. Wir müssen den Schießplatz loswerden. Können die Kanonen sich darum kümmern. Für Ruhm und Ehre. Auf die Entfernung. Wahrscheinlich nicht. Wird gemacht. Bis in den Tod. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wir wollen diese Position nicht länger halten. Es ist dämlich, hier weiter zu kämpfen. Jawohl. Gern. Wenn wir zwei Bereiche überlagern müssen, dann lieber diesen Bereich hier. Weil wir von hier aus einen besseren Weg haben. Um an den Schießplatz zu kommen. Bis in den Tod. So, diese vier Kanonen, die wir bestellt haben. Ja. So soll es sein. Sammeln sich, um eine neue Aufgabe zu erfüllen. Nehme ich den Vormarsch auf die Position da drüben. Und die Zerstörung der übrigen Gebäude, mit denen wir hier noch zu kämpfen haben. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. So, wir haben einen Trupp verloren. Damit finden wir uns für den Moment ab. Frischleifle unsere Armee wieder auf. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, wenn wir uns ein bisschen Vorarbeit leisten. Wie üblich. Versucht, hier diesen Kanonenturm loszuwerden. Schützen, gebt den Schützen Deckung. Kanonen, gebt den Schützen, die den Schützen Deckung geben. Deckung. Wir können euch zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke. Okay. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Wir kümmern uns darum. Kanonen sammelt euch hier oben. Lasst euch ein Stück zurück... Nein, nicht zurückfallen lassen. Arbeitet weiter. Ergreift sie. Ja. Bis in den Tod. Eure Arbeiter bezahlen ihre Stücke. Ihr könnt euch darum kümmern, mit der Reitreis fertig zu werden. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Bis in den Tod. So, werdet diese Scharfschützen los, bevor sie zum Gegenangriff kommen können. Die Reiter werden das nicht zulassen. Vergesst das. Auf in den Kampf. Sofort. Auf in den Kampf. Sofort. Ergreift sie. Schießt. Da ist die nächste Kanoneplatte gegangen. Bis in den Tod. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Was? Wo? Zahlen? Euer Wunsch ist mir Befehl. So kommt ihr uns nicht davon. Ihr Miesen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Miesen, Fiesen. Wird gemacht. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja. Wir erledigen das. Jawohl. Wird gemacht. Bis in den Tod. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtigen. So soll es sein. Nein, nicht bewegen, sondern schießen. Ihr seht, dass die Maus den richtigen Cursor hat. Ihr seht aber auch, dass die Maus der Maus ziemlich egal ist. Ich sag nicht, seid unbesorgt. Ich sag, seid greift an. Das ist, was ich von euch hören möchte. Nicht irgendwelche komischen Sachen von, wir bewegen uns. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Was macht ihr da schon wieder? Wir kümmern uns darum. Für Ruhm und Ehre. Der Schwachsinn hat uns schon wieder eine Corona gekostet. Er greift sie.